so bei der nächsten folge pokémon und der move ist schon cool muss man so sagen ach lol was ist diese bärenfalle ich dachte ich hatte ja auch wieder hochgeball auf dem boden das erkennt einiges ich glaube das wird ja auch toll oder und jetzt töte dich los nur noch einmal will ich nicht töten also sei so brav und komm ins toke-bällchen jawohl Ich muss nur sagen, ich feiere das, dass man so gut fucking Geld farben kann. Ja, natürlich so, ne? Ich bin ja schon weg. Okay, da muss man anscheinend schleichen. Wie mache ich dich jetzt am besten platt ohne dich zu töten? Normal effektiv, das könnte klappen. Das sieht gut aus. Perfekt. Und du setzt natürlich Genesung ein. Oh, Herr. Ich denke, meine Plattentie sollte dich auch nicht festfinden. Perfekt. Ich versuche doch auch die Genesung einzusetzen. Ich hoffe, dass er danach seine Verteidigung stärkt. Nein, du setzt Aquaman. Heißt du was? Oh, Herr. Oh, Herr. Ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Ich hasse es. Egal. Ähm. Jetzt setzt du Genesung ein. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Da kommt drauf. Ich hab sie auf und mach hin! Wo muss ich die Schaden machen? Das ist nicht nötig. Oh, wer ist friendship? Dann ist halt alles. Ratsch. Ich muss es schaden machen. Ratsch. Aber es. aber jetzt nicht später mal lernen wenn es brauchen sollten aber da ist ein bisschen schwerer zu viel zu eigentlich aussieht doch ein kick bitte ohne zu prüfen mit habe keine geniesung die antikraft und er war perfekt klasse schallidos wurde gefangen aber das ausgeschritten reines wasser pokémon ja kohle aber trotz ja trotz habe ich ausgerechnet Ah, wuchst du krief, ich bin 16 da wie bei dir. Du gehst jetzt einfach runter. Oder weißt du was? Mal schauen was passiert. Ah ok, irgendwie höchst du. Okay, krass. Ja, hätte ich mir keine Sorgen machen müssen. Okay. Das, hab mir jetzt ein bisschen Angst gemacht, aber das ist ja gar kein Damage. Das geht gut. So, jetzt haben wir getroffen. Hm, ich muss noch mal zu klicken hinterher. Ich spiele selbst davon aus, dass ich nicht am Volltreffer landen sollte, wenn ich auch nicht dürfte. Wichtig, ich bin zu viel. Ich bin zu viel. Wichtig. Das ist ein bisschen weiter. Ich bin zu viel. Ich bin zu viel. Ich bin zu viel. ein kiefergesteins pokémon interessante kombination auf jeden fall ok vital kraut gibt es die mir jetzt nicht zu fressen das ist ein bisschen ja das war die beste idee weil sonst wären wir noch ein staunen gegangen so sollten das ganze noch gefangen haben perfekt geht mir noch dieser minecraft silber fisch drache ich weiß du hast du dich entwickelt ja aber dass du fliegt drache bist egal naja sowieso nicht fangen na naja lasse Ich habe es zu interessiert, dass ich mich nicht schüttelte. Okay, wir können Pumper mit dabei. Was hältst du aus? Was hältst du aus? Ja Er ist der Ist ziemlich schnell, die reißen aus Ruf Was hältst du aus? 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 Hier ist Feuerball Hey, hab ich dich schon gefangen? Doch ich hab dich schon gefangen Okay, Gott sei Dank Oh mein Gott Obwohl Ich bin jetzt Oh man, diese Reißläuse. Vertraut. Ich habe die Reißläuse. Ich habe die Reißläuse. Ich habe die Reißläuse. Ich bin ein. Und ein Superweil, ich fange aus. Sieht schon besser aus. NAH! Wir haben doch keinen. Schissenen. Überbeil können wir noch mal verwenden. Ja, wir dürfen lieber Ball auf die Fresse gesetzt. Ich glaube, es ist ein Käfer-Programm. Also könnte es hier auf einfach... Einmal? Super. Geh dich nicht, ich tötete dich sonst. Foto fließt wieder ein zum Weinen. Okay. Willst du tatsächlich noch mal riskieren? Noch mal ein Double Kick. Das war's. Komm. Ich hab's geschwächt. Endlich. Mach was. Perfekt. Ich hab's geschwächt. Oh, muss das. Jetzt haben wir das Pokémon auch. Wollen wir was hier drin ist? Noch mal. Keine Schmerkel. Ein Rucksack. Oh, doch. Nicht mehr Blumen. Ein Rucksack. Essaft? Ja? Ja, dann nehmen wir doch das hier. Ja, perfekt. Super. Das sollte geklappt haben. So. Das wird auch noch mal lustig. 500 Wasser-Pokémon besiegen. Also, 500 Schmerhe besiegen. Tatsächlich werden wir nicht alle fangen. Ich hab mal einen Shane in der Reihe. Wir müssen wieder umklatschen. 500 Mal. Bede Plus-Full-Satzer-Shaden-Aufbauen. Das erste, wo ich das mache, ist auf seinen Deto's. Ich werde mir einen Deto-Shaden müssen. Da freu ich mich ja drauf. Ich bin fest, ich kann ja wieder packen. Ich bin schneller als er. Oh, wirklich noch gar nicht. Ich meine, die Steffens Feuer-Pokémon werden jetzt, denke ich mal, einsetzen in der Arena. Was noch, habe ich noch keine Ahnung. Finstabinett, nice. Das ist schon wieder diese Falle. Huch, Kribs-Kopf, Kribs-Kopf, so muss ich sagen. Haben wir schon gegen die Luft gefeiert? Nein, wir haben wirklich gegen die Luft gefeiert. Ja, das hält ja auch so gut. Ich habe noch einen Hecht aus, ich habe noch einen Hecht aus. Ja, war der Perfect. Ja, das ist schon wieder ein Hecht aus. Ja, das ist schon wieder ein Hecht aus, oder? und meine katze ich zerstiere zurzeit nach der folge machen auch schon aufnahmestopp und wieder nach dem baby käschen gucken hier kommen wir jetzt noch nicht hin wollen Irgendwie eine Schnaube. Ah, nehmen wir einen Double Kick. Sollte reichen. Wie gesagt, jedes Pokémon-Spiel-Siege passiert irgendwann zu Shayne, die wir sowieso schalten müssen. Boah, das wird so schlimm. Aber ich will alles auf Shiny haben. Sichtdata geht nicht. Legendary geht nicht. Ausgedrückt. Was? Oh nein! Na ja, haben wir Kriegsleid mit einem Kiesling? Was ist denn da? Ich habe nicht, aber auch Kinderkrempe dazu. Oh nein, was ist denn da? Ist das einfach eine gute Frage? Jaaa, vielleicht nicht ganz so gut werden. Hm? Oh, ne Feuerball. Ich weiß nicht, dass wir hier geteilt haben. Ich finde die super. Warum steht es immer so, als ob die der Pilken killen müsste? Ja, okay, das ist ja cool. Na klar, es ist immer ein praktisches Item, aber... Okay, ich beende die Folge hier, Team Jell in der nächsten Folge. Bis denne!